Sie sind neugierig, gutgläubig und in ihrer Entwicklung noch formbar. Im Dritten Reich nutzen die Nationalsozialisten die Naivität der Kinder schamlos aus. Nun höre ich aber von den Lehrern, dass eben der Führer das Beste für Deutschland will. Der Nachwuchs wird manipuliert. Menschliche Werte zählen nicht mehr. Und plötzlich wird aufgefordert zu Hass, zu Separation. Nichts ist mehr wie es war. Sich zu verabschieden von jemandem, wo man wusste, der kommt am nächsten oder übernächsten Tag weg, möchte ich nicht nochmal erleben. Das Grauen ist unvorstellbar. Diese Erfahrungen, die die Kinder gemacht haben in diesen Lagern, sind nicht bewältigbar. Kinder inmitten von fallenden Bomben. Im Zweiten Weltkrieg wird der Albtraum zum Alltag. Das kracht nun mit so erlaublichen Bomben. Die Erwachsenen hielten sich an uns fest und wir an den Erwachsenen, weil die Angst war natürlich riesengroß. Eine Kindheit im Chaos. Sie wissen, nur in diesem kleinen Segment müssen sie funktionieren. Und sie haben funktioniert wie die Uhrwerke. Benutzt für Hitlers wahnsinnige Pläne. Die Nazis schicken Halbwüchsige in den Krieg. Kinder, da hinten ist einer. Hol ihn mal weg. Was diese Kinder an der Front sehen, werden sie nie vergessen. Wo wir eigentlich mit einem gesunden Menschenverstand sagen, wie kann es sein? Das vermeintliche Heldentum weicht blutiger Realität. Ich hatte so eine lebende Todesangst, dass ich mir da jetzt abdrückte. Das Erlebte verfolgt nicht nur die Soldaten, auch nach dem Krieg. Und dann gab es Prügel. Das war also ganz fürchterlich. Der Zusammenbruch wird zum Trauma. Viele Soldaten werden das Grauen nie mehr los. Was hast du mit dem Kind gemacht? Mein Gott, was ist bloß mit dir passiert da draußen? Für einen Menschen mit einer Traumafolgestörung ist das Trauma nie vorbei. Das verbrecherische NS-Regime hat sie ausgenutzt und verraten. Was bleibt, ist der Schmerz. Natürlich fällt es vielen unendlich schwer zu begreifen, dass das eine Illusion war, zu begreifen, dass sie belogen worden sind. Dieses ewige Kind, was da laut geschrien hat, das durfte nicht gehört werden. Da war kein Platz für. Für den grausamen Krieg der Großen opfern die Kleinsten das Wertvollste, das sie haben. Als ich dann meinen Widerwillen überwunden habe, auf die erste Leiche umgedreht, da kann man ja schon nicht mehr als Kindheit bezeichnen. Im Krieg war man kein Kind mehr. Die Angriffe der Alliierten auf deutsche Städte häufen sich Anfang der 40er Jahre. Der Zweite Weltkrieg legt Deutschland in Schutt und Asche. Die Kinder wachsen mit dem vertrauten Geräusch der Fliegeralarmsirene auf. Leid und Grauen, Tod und Verzweiflung beherrschen den Alltag. Ein Ende ist nicht in Sicht. Sie erleben ja erstens dieses, ich muss stark sein, ich muss immer funktionieren. Ich habe auch die Verantwortung, dass unser Haus stehen bleibt, das gelöscht ist. Sie haben die Toten zum Teil aus den Straßen mitgeräumt, also unsägliche Bilder, wenn man sich vorstellt, wann sieht ein Kind heute den ersten Toten. Dort war das in jedem Lebensalter möglich und an der Tagesordnung. Um die Kinder vor diesem Anblick und dem dauerhaften Stress des Bombenkriegs zu beschützen, werden viele von ihnen aufs Land gebracht, wo es sicherer für sie ist. Je mehr die Städte zerstört sind, desto gefährdeter sind natürlich auch Kinder und die Bewohner, dass dann die Kinderlandverschickung anfängt, die erst mal sagt, der Staat meint es gut mit euch, wir bringen euch in Sicherheit. Aber da viele Eltern das ja auch gar nicht wollten und sich auch dagegen gewehrt haben, auch die Intention hatte, Kinder ihren Eltern zu entziehen und sie noch weiter in den nationalsozialistischen Staat zu treiben und sie an diesen Staat zu binden. Und da erleben sie dann nochmal eine Schutzlosigkeit und eine, ja, da wiederholt sich die Vaterlosigkeit, wird zu Mutterlosigkeit und zu Elternlosigkeit. Der Abschied fällt schwer. Aber für viele Kinder ist es auch ein Abenteuer und vor allem eine willkommene Abwechslung im traurigen Kriegsalltag. Zu den beliebten Zielen zählen damals die Steiermark, Salzburg, Pommern und die Bayerische Ostmark. Nach zahlreichen verheerenden, tonnenschweren Bombenabwürfen scheint der Luftkrieg 1942 auf dem Höhepunkt. Doch es ist noch nicht vorbei. Ruth Winkelmann erlebt den Krieg damals in der Hauptstadt. Als Tochter eines Juden sind es nicht nur die Bomben, die ihr Sorge bereiten. Ihre Eltern trennen sich, um eine Arisierung für Ruth und ihre Schwester Esther zu beantragen. Ohne Erfolg. Vor dem Krieg trafen sie sich regelmäßig mit den Verwandten. Doch Zwangsarbeit, Bombenkrieg und Angst vor der Deportation haben alles verändert. Von dem Moment an, wo wir alleine gelebt haben, der Vati alleine gelebt haben, wir alleine gelebt haben, war wenig Zeit für die Familie. Wir trafen uns zwar mal, aber im Grunde genommen hatten wir wenig Zeit miteinander verbringen können. Denn ich musste ja auch arbeiten. Ich habe jetzt zwölf Stunden gearbeitet von 42 an. Einmal eine Woche Nacht zwölf Stunden durch und eine Woche am Tag, also in Wechselschicht. Wo bleibt da noch viel Zeit? Dann der Schock. Ruts Großeltern sollen abgeholt werden. Die Familie hat sich lange nicht gesehen. Man glaubte an bessere Zeiten, um alles nachzuholen. Eine Tante von mir, die hatte aber ganz starke Verbindungen zu meinem Großvater, also die jüngste Schwester meiner Mutter. Und die ist jede Woche zu den Großeltern gegangen. Hat ihnen mal was hingebracht, wenn sie mir was hatte. Und die wusste auch, dass Großeltern abgeholt wurden. Und dann sind wir alle nochmal ganz schnell, haben wir uns nochmal Zeit genommen und dann sind alle nochmal ganz schnell hin. Das war ein Weinen. Das war ganz was Schlimmes. Sich zu verabschieden von jemandem, wo man wusste, der kommt nächsten oder übernächsten Tag weg. Möchte ich nicht nochmal erleben. Für die 14-jährige Ruth und ihre Familie ist nichts mehr so, wie es war. Die Nazis halten die Welt weiter in Atem und verschleppen Ruts Großeltern nach Theresienstadt. Und es wird bald noch schlimmer kommen. Im Februar 1943 geht Hermann Jax wie an jedem Morgen zur Arbeit. Er kommt nicht wieder nach Hause. Der jüngste Bruder meines Vaters, der kam zu uns und sagt, der Vati ist abgeholt von mir. Eine Welt bricht da zusammen, der Vati auf einmal weg. Aber ich muss zur anderen Seite sagen, 43 haben wir alle mit uns so viel zu tun gehabt. Dass wir das als furchtbar empfanden. Aber 43, muss ich sagen, hat jeder erstmal auf sich selbst geguckt. Und dann kam der andere ran. Weil ja auch die Bomben, die uns ja auch das Leben genommen haben. Und ich habe natürlich nach meinem Vati geweint, klar. Aber was großartig unternommen konnten wir ja nichts. Für Trauer ist im Bombenkrieg kein Platz. Die Kinder müssen mit anpacken. Sie müssen stark sein. Ihre Angst herunterschlucken und den Kriegsalltag aushalten. Kinder wachsen in dieser Zeit über sich hinaus und übernehmen Aufgaben, die eigentlich nicht altersgemäß sind. Also es gehört dazu, immer zu funktionieren, um in diesem Krieg überleben zu können. Und um den Anweisungen der Erwachsenen Folge zu leisten. Es sind dann irgendwie kleine Erwachsene, die über sich hinaus wachsen. Aber oft die Dramatik der Situation gar nicht unbedingt umreißen. Sie wissen nur, in diesem kleinen Segment müssen sie funktionieren. Und sie haben funktioniert, wie die Uhrwerke. Für die Kleinsten sind der Alarm, das Rennen und das Krachen der Bomben längst zur Gewohnheit geworden. Auch Monika Jetter kennt es damals nicht anders. Ich war immer ein sehr sangynisches, fröhliches Kind im Grunde. Und manchmal habe ich auch gedacht, da unten ist was los. Da waren viele Leute und so. Und ich glaube, dass ich die Bedrohung im Keller gar nicht so empfunden habe. Macht das Beste aus der Situation irgendwie. Was sollte man auch machen? Man musste ja da runter. Dann waren ja diese Türen, diese Bomber, also diese Eisentüren mit dem Riegel, die dann zugemacht wurden. Und dahinter saß man dann und wartete, bis es wieder vorbei war. Dass die fallenden Bomben für die Kleinsten bereits Routine sind, bringt auch etwas Gutes mit sich. Grundsätzlich würde ich sagen, je kleiner ein Kind ist, bis runter ins Zeuglingsalter, desto zerbrechlicher verletzbarer ist es. Aber die mangelnde intellektuelle Entwicklung, Sprachentwicklung kann manchmal auch ein Schutz sein. Wenn ich elf Monate alt bin und ich verstehe noch kein Wort, ich kriege mal gerade so mit hängen und würgen Mama raus, dann verstehe ich nicht, was Mama und Opa und wer alles erzählt über den Krieg und wie gefährlich das ist und wie schützen wir uns. Und ich erlebe die Bedrohungslage, wie es vermittelt sich. Aber es sind ja alle da. Alle, die mich beschützen, die mich immer beschützt haben, sind da. Supi. Und die rennen da durch die Gegend und komisches Geheule und so. Ich bin ja bei Mama auf dem Arm. Kinder- und Jugendtherapeut Dr. Andreas Krüger weiß jedoch, dass es in manchem Fall nur einer Sekunde bedurfte. Und plötzlich war alles für immer anders. Der Säugling beispielsweise erlebt, wie er im Bunker sitzt mit Mama und wird gerade gestillt und es rauscht eine Bombe runter an dem Bunker. Und alle schreien, Mama versiegt von diesem Moment an die Milch, ja dann werde ich zum Schreikind. Und plötzlich bin ich auch noch anstrengend in diesem Wahnsinnskrieg und entwickle als Säugling eine posttraumatische Belastungsstörung. Dieser Lärm, die Erschütterung, die Unfähigkeit der Mutter beruhigend einzuwirken, weil sie selbst Angst um das Leben ihres Kindes hat und ihrer Leute und ihres eigenen. Und dann wird der Säugling eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Die Erfahrungen, die die Kinder im Krieg machen, sind unterschiedlich. Was alle gemeinsam haben, sind der dauerhafte Stress und die ständige Angst. Ich weiß nur, dass es natürlich dann darum ging, wie überleben wir. Und wo kriegt man was zu essen her? Und ist man auch sicher in seiner Wohnung? Es wurde sehr viel eingebrochen, auch in den Kellern überall, die da waren. Viele haben natürlich gesagt, mein Vater ist schon zurückgekommen. Andere kriegten dann diesen berühmten Brief, er ist gefallen fürs Vaterland. Monikas Vater Werner ist seit 1939 an der Front. Es war eine freiwillige Entscheidung, in den Krieg zu ziehen. Mein Vater, für den war das eine Lebenschance. Er war in Berlin geboren, nach dem Ersten Weltkrieg und ein uneheliches Kind. Das war damals eine Katastrophe sowieso. Und ohne Chance, irgendwie, er wollte studieren, er sollte eine Ausbildung als Handwerker machen. Das wollte er nicht, war die Oma, bei der er aufgewachsen ist, hat das erzwungen. Und er hat dann seinen Weg zu den Nationalsozialisten gesucht, mit der Chance, etwas aus seinem Leben zu machen. Monika Jetter, Jahrgang 1940, erlebt den Zweiten Weltkrieg mit ihrer Mutter und ihrer älteren Schwester in Berlin. Sie lernt ihren Vater erst nach dem Krieg kennen. Wie er vorher war, erfährt sie aus Erzählungen ihrer Mutter. Als er dann meine Mutter kennengelernt hat, muss er wohl ein sehr flotter, junger Mann gewesen sein, in den sie sich auch verliebt hat. Und als er dann gesagt hat, wir wollen heiraten, hat sie das, glaube ich, auch aus vollem Herzen gemacht. Sie war, glaube ich, sehr verliebt in meinen Vater, das hat sie schon erzählt. Er wollte es zu etwas Großem bringen. Die Nazis boten Monikas Vater diese Chance auf der Ordensburg. Als Anwärter der NSDAP-Führungsriegel sollte er hier jedoch der Religion den Rücken kehren. Und das galt auch für seine Frau. Und dann hat sie damals gesagt, du musst dich jetzt entscheiden. Entweder der Führer oder ich. Und da hat mein Vater die Ordensburg verlassen und hat sich dann freiwillig gemeldet zu den Falschemjägern. So wurde er Falschemjäger. Er hatte sich natürlich nicht von dem Führer losgesagt. Aber er hatte sich von dieser Ausbildung auf den Ordensburg losgesagt, weil sie das nicht mit ihm tragen wollte. 1943 gehört der Krieg in der Hauptstadt endgültig zum Leben. Für Elli Jax wird der Alltag zur Herausforderung. Ihr jüdischer Mann ist deportiert worden. Ihre Töchter Ruth und Esther leben in ständiger Angst. Kleinigkeiten können eine Katastrophe auslösen. Die Lebensmittelkarten musste Mutti von der Kartenstelle abholen. Und da die Situation schon mit meinem Vater war, als er abgeholt wurde, hatte Mutti besondere Angst um uns beide gehabt. Und sagte, solange wie ich die Karten, die Lebensmittelkarten von der Kartenstelle abhole, geht mal bitte zu ihrer ältesten Schwester, der Tante Grete. Und die war Beamtin. Und die durfte als deutsche Beamten keine Juden als Gäste haben. Also musste ich meinen Stern abmachen. Mutti ging zur Kartenstelle. Und an der Kartenstelle kamen SS-Leute und sagten, ja, sie müssten die Kinder sehen. Vorher kriegen sie die Karten nicht. Und dann ist Mutti natürlich zu uns gekommen mit den beiden Beamten und dem Auto. Und, ja, aber wir bekamen keine Karten, sondern wir wurden verhaftet. Die Familie wird zur Sammelstelle in die große Hamburger Straße gebracht. Gemeinsam mit vielen anderen verängstigten Menschen warten Elli, Ruth und die kleine Eddie auf weitere Anweisungen. Und dann, da ging ein junger, uniformierter, SS wahrscheinlich oder sowas, kamen die Treppen runter und hat mit dem Gewehrkolben meiner Schwester eins über den Kopf gehauen. Warum muss ich mir vorstellen? Sechsjähriges Kind. Die hat nichts weiter gemacht, die stand nur da. Der haut eher mit dem Gewehrkolben auf den Kopf. Meine Schwester, die Zähne zusammen hier bissen und den von oben bis unten angeguckt. Das war ein furchtbares Erlebnis. Man konnte nichts machen. Naja, und dann kam der Beamte und fragte Mutti denn, warum sie denn hier ist. Da sagt Mutti, naja, sie ist die Mutter von den beiden Kindern. Und da sagt der, na, und was sind sie blutsmäßig? Da sagt Mutti, na, sie ist arisch. Und ihre Kinder sind blutsmäßig, Mischlinge ersten Grades. Eine Lüge. Die Kinder sind nach den Rassegesetzen der Nazis sogenannte Geltungsjuden. Das Tragen des David-Sterns ist Pflicht und bei einer Deportation würden sie nicht verschont. Mischlinge ersten Grades hingegen müssen keinen Stern tragen und stehen weiter hinten auf den Listen der Mörder. Eliax riskiert alles und rettet ihre Kinder. Und dadurch, dass ich keinen Stern am Mantel dran hatte, war das für mich eine Rettung gewesen. Und da habe ich mir da Angst zu tun gekriegt. Diese Angst, die Angst um das eigene Leben und um das geliebter Menschen, sitzt tief. Die Überlebenden werden das Gefühl oft nicht los. Es verändert die Kinder, manche von ihnen für immer. Die Situation, wo jemand lebensbedroht ist, wo er keinen Ausweg hat, wo er nichts machen kann, wo eine Ohnmachtserfahrung entsteht, die über alles hinausgeht, was er bisher erfahren hat. Man nennt es in der Fachwelt auch traumatische Ohnmacht. Wenn diese Konstellation sich ergibt in den Erfahrungen, die ein junger oder auch ein alter Mensch macht, ob Säugling oder Großmutter, völlig egal. Diese Erfahrung taugt dazu, im Gehirn etwas auszulösen, was man posttraumatische Belastungsstörungen nennt. Und das ist sozusagen die Ursuppe, die symptomatische Ursuppe, aus der heraus sehr komplexe Beeinträchtigungen resultieren. Günter Luchs wächst in Hamburg in einem kommunistischen Elternhaus auf. Er will dennoch Mitglied im nationalsozialistischen Jungvolk werden. Und zu Kriegsbeginn kann sein Vater sich nicht länger dagegen wehren. Die Anmeldung ist Pflicht. Auch in Hamburg ist der Terror der Nazis spürbar. Dass an der Front täglich unzählige Soldaten sterben, verschweigen sie. Nach wie vor wird der Krieg verherrlicht. Weitere Rekruten werden ausgebildet. Im September 1942 kann sich auch Hermann Luchs nicht gegen einen Einsatz wehren. Günters Vater wird eingezogen und muss an die Front. Die Söhne Günter und Hermann, 14 und 15 Jahre alt, ziehen zu ihrer Mutter, Stiefvater Helmut und zwei Halbgeschwistern. Es ist die Rückkehr in einen nach wie vor überzeugten kommunistischen Haushalt. Doch der Kriegsalltag steht im Vordergrund. Diese politischen Ansichten sind in den Hintergrund getreten, weil die Bombenangriffe so stark waren und der Kampf ums Überleben überhanden nahm. Politische Aktionen gab es so gut wie gar nicht mehr. In der kleinen Wohnung ist es eng für die Sechs. Mit jedem Bombeneinschlag in Hamburg wächst die Angst und die Gefahr, nach der Entwarnung im Luftschutzkeller ebenso wie viele andere obdachlos zu sein. Doch die Familie hat Glück. Und dennoch wird sich für die Brüder Luchs im Sommer 1943 alles ändern. Ihr Stiefvater Helmut Kruschak wird ins Protektorat nach Tschechien zum Flugzeugbau versetzt. Elisabeth und die kleinen Kinder kommen mit. Günther und Hermann bleiben allein in der Wohnung in Hammerbrook zurück. Die Tante Ulker, die ein Gemüsegeschäft in derselben Straße hatte, musste dann unsere Vorbotschaft übernehmen, auch dafür sorgen, dass wir zu essen bekamen und so. Und deswegen haben wir da oben in der Wohnung alleine gelebt. Am 24. und 25. Juli 1943 fliegen die alliierten Bomberverbände Luftangriffe auf die Hansestadt. 791 britische Bomber werfen in der Nacht über 2000 Tonnen Bomben ab. Am Nachmittag greifen amerikanische Bomber an. Die ersten zwei Angriffe waren verheerend, aber das hat sich so mehr im Hafen abgespielt, auch im Altona-Gebiet. Wir waren natürlich im Keller, denn der nächste Bunker, der war in der Südostrasse, war viel zu weit da hinzulaufen. Da hatten wir auch gar keine Lust dazu. Und wir haben uns immer darauf verlassen, dass ja nichts passiert weiter. Dann am nächsten Tag, nach dem ersten Angriff, bin ich so ein bisschen in Hamburg rumgeputscht. Und dann hatte ich ein Flugblatt. Etwa Postkartengruß und da stand drauf, das war erst der Anfang. Jetzt werden weitere Angriffe folgen. Verlass die Stadt Hamburg, um ohne die Opfer zu vermeiden. RAF stand unter Royal Air Force. Und das habe ich aber schnell in den Papierkopf geschmissen. Der Mann hat gesagt, wenn ich das weitergebe, ist das Verbreitung von Feindpropaganda. Und da steht die Todesstrafe auf, hat man gesagt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber ich habe natürlich Angst gehabt. Und dann habe ich das meinem Bruder erzählt. Da sagt er, das ist wirklich Feindpropaganda. Die Engländer haben beim ersten Mal so viele Verluste gehabt, dass sie das nicht wollen, nochmal wieder zu kommen. Es war ja auch schön, wie es gewesen ist. Es ist die Nacht zum 28. Juli 1943. Wir haben das Radio immer leise dudeln lassen. Da hat Herrmann mich geweckt. Es ist sehr aufgehört, dass eine so eine Meldung kommt. Und dann hieß es, wir haben erfahren, durch Radfunk und sowas, dass ein großer feindlicher Kampfverband sich im Anflug auf Nordwestdeutschland befindet. Das haben wir schon oft gehört. Und manchmal ist es so, dass sie dann weiterflogen nach Berlin oder Hannover. Aber diesmal gab es dann wieder zu uns. 739 Bomber zielen auf die Stadtteile östlich der Hamburger Innenstadt. Rothenburgs Ort, Borgfelde, Hammerbrook. Hier leben auch Günther und Hermann Lux. Die Vorlagen-Sirene ertönte und kurz darauf ging schon das Flaggschießen los. Und dann fielen am Schluss Fortbomben. Und die waren dann schon da und wir sind schnell runtergelaufen in den Keller, in den Luftflusskeller bei uns. Und da haben wir dann gewartet und immer an die Decke geguckt. Und das kracht und blitzte und alle augenlich fielen Bomben. Und das war so schlimm. Hier waren einige Frauen und ein paar Kinder und sechs oder sieben ältere Männer. Einer kriegte einen Herzanfall oder so einen Herzanfall. Der konnte überhaupt nicht mehr. Und dann hat eine Frau hysterisch geschickt, Hilfe, aufhören. Und das war so schlimm. Die Bomben fallen unaufhörlich weiter auf die Wohngebiete. Schon nach kurzer Zeit stehen die Häuser in Hammerbrook in hellen Flammen. Im Hinterhof unseres Hauses war ein anderes Haus. Das brach plötzlich zusammen. Da war so eine größere Bombe aufgefahren. Und dann knallte das oben bei uns. Und da hat einer von uns gesagt, das hat eingeschlafen bei uns. Rauf sind wir die vier oder fünf Etagen hoch bis zum Dachboden. Das brannte an allen Ecken und Enden. Die ganzen morschen Zwischenwänden waren in hellen Flammen. Und die Dachlupe habe ich aufgemacht. Da lag eine Brandbombe drin. Wir sind dann runtergelaufen, weil wir nichts helfen, nichts löschen konnten. Ich habe mir die Gasmaske vom Gesicht gerissen. Wir hatten Volksgasmasken vorher willkommen. Weil mir was am Hals gebrannt hat. Und dann bin ich ohnmächtig geworden durch diese toktischen Gase. Und mein Bruder hat mich da unten getragen. Und da haben wir dann gelegen und gewartet in diesem Zwischenraum. Und da habe ich dann die Tür aufgemacht und habe gesehen, wie Leute vorbeiliefen. In einem Mal krümmten sie sich. Einer krümmte sich und verbrannte sofort. Und dann bin ich rausgegangen und bin wieder zurückgeprallt. Weil dieser heiße Flammensturm durch die Straßen fegte. Und Brandbomben lagen da auch auf der Straße. Und Hermann kam auf diese verrückte Idee und sagt, du, ich muss jetzt mal rausgehen und gucken, was mit Tante Olga ist. Denn die wohnt einige Häuser weiter. Vielleicht brauchst du Hilfe. Ich habe gesagt, Mensch, lass uns zusammengehen. Und du bleibst hier. Und die muss sich dann selbst retten. Aber er ist rausgegangen und kam nicht wieder. Verzweifelt wartet Günther weiter auf seinen Bruder. Um ihn herum herrscht das Chaos. Die Hitze des Feuers, die krachenden Bomben, die fallenden Trümmer. Aber niemand ist mehr in seiner Wohnung sicher. Dann, nach einer gewissen Weile, dann habe ich mir gedacht, du musst jetzt raus oder so. Denn nebenan, das Haus brach zusammen. Und auch bei uns fielen die Trümmerteile ins Treppenhaus von den obersten Etagen. Mit gepolterbrennenden Treppengeländer und so und anderes. Und er hat zwar gesagt, er kommt gleich wieder, aber ich kann nicht mehr warten, ich muss raus. Und da bin ich rausgelaufen und unten, als der Feuersturm so ein bisschen Dach ließ, torkelte eine ältere Dame, orientierungslos hin und her. Und die habe ich mir runtergerissen auf die Straße. Wir haben uns jetzt hingelegt und zwischen den Kopfsteinritzen, Kopfsteinpflasterritzen, haben wir Luft geholt. Und wenn der Feuersturm etwas Dach ließ, sind wir hoch und sind weitergelaufen. So lange, bis wir immer hingelegt, wieder aufgestanden, gelaufen, bis wir dann in die Norderstrasse kamen. Die Norderstrasse, da gibt es heute noch eine alte Schule. Und da waren hunderte von Leuten, die sich haben retten können, halb bekleidet und mit blutenden Wunden und zerrissener Kleidung. Wie gesagt, die ganzen Klassenzimmer waren belegt damit und kaum jemand hatte irgendwas mit. Der eine oder andere, der Koffer vielleicht, aber im Großen und Ganzen haben die Leute alle ihr nacktes Leben nur retten können. Und dann habe ich ans Fenster geschaut und sah dieses Flammenmeer im Hamburger Osten, wohin man geblägt hat, nur Flammen, Flammen, Flammen. Der heiße Wind in diesen Sommertagen facht die Mischung von Luftminen, Sprengen, Phosphor und Stabbrandbomben noch weiter an. Ein Feuersturm rast durch die Straßen. Günther ruht sich im Schulgebäude in der Norderstraße nur kurz aus. Er will weiter nach seinem Bruder suchen. Und am frühen Morgen bin ich rausgelaufen und sofort wieder in den Hammer hoch reingegangen und bin über Trümmer gestolpert. Und da lagen viele Tote und Leichen mit den Beinen aus den Trümmern. Und ich habe männlich aussehende Leichen mit meinen Händen umgedreht, um zu sehen, ob das Hermann vielleicht ist. Ein paar Mal habe ich das gemacht. Und dann hat mich ein Offizier von der Wehrmacht an die Schulter gefasst und hat gesagt, oh mein Junge, ich müsste dich jetzt erschießen. Das, was du hier machst, ist Leichenflätterei. Und ich habe dann geweint und habe gesagt, dann mach das doch. Ich habe jetzt keine Lust mehr, ich suche meinen Bruder. Da habe ich gesagt, na, ist schon gut. Ich sollte dem mit helfen bei der Leichenbergung. Die hatten da Trupp, die hatten da solche Gefäße, Wannen oder was. Da sollte man die Leichenteile dann zusammensammeln und abpflanzen. Das war ein Lastmorgen oder wo, weiß ich nicht. Aber das habe ich gar nicht gemacht. Ich dachte, nee, das kann ich nicht. Ich bin weggelaufen. Günther sucht weiter. Nach seinem Bruder und nach einem Schlafplatz für die kommenden Nächte. Von Hammerbrook ist kaum etwas übrig geblieben. Ruth Jax ist der drohenden Deportation entgangen. Die Angst nach dem traumatischen Erlebnis in der Sammelstelle ist riesengroß. Was, wenn es beim nächsten Mal nicht gut ausgeht? Elli, Ruth und Esther brauchen einen Plan. Als wir dort rauskamen aus der großen Hamburger Straße, da haben wir uns bei meiner Tante getroffen, die jüngste Schwester meiner Mutter. Und die sagte dann, ja, wir können da aber die Kinder nicht mehr in die Pappelallee bringen. Das geht doch nicht mehr. Und dann haben die beiden beratschlacht, was mit uns wird. Und bis dann meine Tante auf einmal auf die Idee kommt, du hast ja den Herrn Lindenberg, der hat doch mal zu dir gesagt, wenn du in Schwierigkeiten bist, wende dich an ihn. Und dann ist Mutti rausgefahren zu Herrn Lindenberg. Dann hat mit ihm gesprochen, und hat er gesagt, ja, wir können in die Laufe einziehen. Er ist eingezogen und muss dann und dann zum Militär. Da ist die Laufe sowieso leer. Und dann sind wir zu Herrn Lindenberg in die Laufe gezogen. Die Hütte in der Laubenkolonie außerhalb der Innenstadt schafft Hoffnung und neuen Mut. Der Freund der Familie, Leo Lindenberg, zögert nicht und hilft den Dreien in ihrer Not. Typischer deutscher Beamter. Also kleinkariert, noch kleiner geht's gar nicht. Und aber wahrscheinlich doch mit sehr viel Herz und sehr gläubig. Sehr stark christlich geprägt. Sehr stark. Und ich muss immer wieder sagen, ich vermute, und das ist bestimmt auch so, dass er von dem Moment an, wo er meine Mutter gesehen hat, in sie verliebt war. Sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Mann zwei jüdische Kinder aufnimmt. Und von dem Moment an, wo die Eltern getrennt waren, hat er ja auch das Gerochen wahrscheinlich, dass da die Möglichkeit besteht. Der Umzug in die Laufe ist unbedingt nötig. Dennoch fällt es der 14-jährigen Ruth schwer, ihr Zuhause aufzugeben. Ich war immer gewohnt, in großen und hellen Räumen zu leben. Und diese Laufe war, der größte Raum war zwei Meter mal zwei, zwei mal zwei Meter. Und dennoch vollgestellt mit allen möglichen Gerümpeln. Wenn unter Null Grad ist, ist uns ja das Wasser überall eingefroren. Denn Plumpsklo, anderes gab es ja dann nicht. Wasser mussten wir draußen aus dem Garten, aus der Pumpe holen. Also es war schon eine ganz, ganz harte Sache. Als Versteck vor den Nazis eignet sich das Gartenhäuschen besonders gut. Familie Jax muss keine Denunziation befürchten. In der Nachbarschaft stellt keiner Fragen. Elli Jax hat sich eine glaubhafte Geschichte für sie und ihre Töchter zurechtgelegt. Für die Nachbarn hieß es, wir sind ausgebombt in Berlin. Das haben ja viele gemacht. Und der Herr Lindenberg hat uns eben seine Laufe zur Verfügung gestellt. So war es offiziell. Und das wurde auch überall akzeptiert. Um die Tarnung aufrecht zu erhalten, müssen sie stets als Regimetreue ARIA überzeugen. Da kommt das deutsche Beamtentum des Vermieters gerade recht. Der Herr Lindenberg war ja in der Partei. Und seine einzige Aufgabe war, für die Winterhilfe zu sammeln. Und das musste ich dann machen. Mit der Büchse da jeden Monat einmal durch die Lauben gehen. Und dann bin ich hingegangen, hab dann da geklingelt. Und dann wurde mir manchmal gesagt, Nazi-Höre, mach das, du wegkommst, von uns kriegst du nicht einen Pinnig. Und das war für mich natürlich die beste Auskunft, die ich kriegen konnte. So wurde ich akzeptiert dort als Nazi-Höre. Und bis 1945 war das ganz angenehm. Die Wittenauer Laubenkolonie Einigkeit bietet Elli Jax und vor allem ihren verfolgten Töchtern Schutz. Doch Ruth vermisst die Freiheit. Eines Sommertages im Jahr 1943 hält sie es nicht länger in der beengten Hütte aus. In der Laube von Herrn Lindenberg war es sehr, sehr heiß gewesen. Und da hab ich meiner Mutter gesagt, du Mutti, ich geh jetzt nach Lübars schwimmen. Da pass bloß auf und sei vorsichtig und so. Naja, und dann bin ich gegangen nach Lübars. Und als ich da lag, kommt auf einmal ein Junge zu mir ran und sagt, ob ich nicht Völkerweil mitspielen will. Und da hab ich gedacht, na ja, warum nicht? Der Schwedhelm, also der Bademeister, bittet mich doch, da mitzumachen. Naja, und dadurch war ich in diese Jugendgruppe auf einmal aufgenommen. Voll aufgenommen. Keiner hat gefragt, wie, wo, was. Mein Name ist Ruth. Naja, der Name war ja nicht irgendwie verfänglich. Endlich wieder draußen. Wieder mit Freunden gemeinsam das Leben genießen. Ruth Jax lernt schwimmen und denkt in diesem Sommer für ein paar Stunden am Tag nicht an den Krieg und die drohende Deportation. Bis die Realität sie wieder einholt. Und jetzt hieß es, ja, die Zeugnisse sollst man da kriegen. Und da muss man aber vom BDM oder vom Jungvolk die Stempelkarte vorzeigen. Und die hatte ich natürlich nicht. Da habe ich natürlich tausend Ausreden gehabt, jedes Mal, wenn ich kam. Bis dann die Frau Schwedhelm eines Tages mich dann an die Hand genommen hat und gesagt hat, du, ich muss mit dem Hund mal rauslaufen. Komm mal mit, ich habe mit dir was zu besprechen. Ich habe schon ein Jahr ahnt, was da auf mich drauf zukommt. Na, nach vielen Drucksen und Erzählen habe ich dann die Hosen runtergelassen sozusagen und habe gesagt, so und so ist es. Ich bin Halbjüdin, müsste eigentlich einen Stern tragen, aber ich lebe im Halbuntergrund und habe keinen Ausweis. Da hat sie zu mir gesagt, du kriegst deine Zeugnisse auch ohne Stempel. Und wir machen das so, als wenn diese Unterredung nie stattgefunden hat. Und das war auch so. Und ich muss sagen, dem Ehepaar Schwedhelm meinen Dank noch nachträglich. Ich habe dadurch ein paar unbebeschwerte Stunden erleben dürfen. Günter Luchs schlägt sich nach den Angriffen der Operation Gomorra allein in Hamburg durch. Der Feuersturm hat sich inzwischen gelegt. Jene Häuser, die noch stehen, sind ausgebrannt. Der Hamburger Osten liegt in Trümmern. Und dann die anderen Nächte habe ich dann überall irgendwo kampiert. Dann habe ich mal hier geschlafen in Trümmergrundstücken und auch unten am Hauptbahnhof, die U-Bahn war ausgefallen. Und dann bin ich zur Moorweide gegangen, hat man mir erzählt, da wird Verpflegung ausgeteilt. Da waren große Butterfässer aufgestellt und Zucker, Säcke und Brot und alles Mögliche gab es da. Und für die ausgebombten. Und ich bin da hingegangen, habe ein Stück Brot bekommen und eine Handvoll Zucker. Ich hatte ja nichts. Ich konnte da ein bisschen überleben. Und eines Tages, dann ging das aber nicht mehr. Und dann, naja, hat aber doch ein Polizist mir gesagt, geh mal zur Universität. Und da bekommst du alles weiter, da kommt Ausschweiß und auch Fahrgelegenheit. Da hat man gefragt, wo bist du hin? Da habe ich gesagt, meine Eltern sind in der Tschechien, also Protektorat. Und dann bekam ich einen Fahrschein dorthin. Günter Lux macht sich auf den Weg ins heutige Tschechien. Nach stundenlangen Zugfahrten über Dresden, Prag und Brünn fragt sich der 14-Jährige in Tischnowitz nach dem Namen Kruschak durch. Und schafft es schließlich. Erschöpft kommt er am Haus seines Stiefvaters und seiner Mutter an. Und dann sah sie mich, ja. Und dann, oh, Gunter, mein Junge, und da hat sie mich um Arzt und sowas alles. Und dann die nächste Frage, wo ist Hermann? Ja, hab ich nur sagen können, dass er vermisst ist. Elisabeth Kruschak ist außer sich. Sie macht sich auf den Weg nach Hamburg, um ihren ältesten Sohn zu suchen. Ohne Erfolg. Hermann bleibt vermisst. Verzweifelt fährt seine Mutter zurück ins Protektorat. Günter ist nach den schrecklichen Erlebnissen in Hamburg bei seiner Familie in Tschechien geblieben. Im Sommer 1944 ist Helmut Kruschaks Dienst hier schließlich beendet. Und so kehren alle gemeinsam nach Hamburg zurück. Und dann haben wir hier in Horn, in einem Ruinenkeller gelebt. Die ganze Familie. Und dann war meine richtige Mutter hier hochschwanger. Dann kam noch der kleine Helmut dazu. Und im August ist er geboren, 44 im August geboren, ja. Und nun war das zu eng, da unten im Keller. Drei Kinder, die beiden Alten und ich immer dazwischen. Und wir hatten nur zwei Räume. Auch noch in der Ruine. Die Hoffnung, seinen Bruder Hermann noch einmal wiederzusehen, kann Günter nicht aufgeben. Seit Monaten hofft er nun auf ein Lebenszeichen. Vergeblich. Weil es die Frau dann gesagt hat, das hat keinen Zweck, den zu suchen. Der ist weg, der ist tot. Also hör auf zu suchen. Und meine Mutter hat dann auch resigniert. Und machen konnte man sowieso nichts. Und man darf ja auch nicht vergessen, es war um Hammerbrook und Rundmussort herum eine Sperrmauer gezogen. Man durfte das nicht mehr betreten, wegen solchen Gefahr. Nicht richtig zugemauert, sondern das war aus Trümmerstein, etwa einen Meter hoch, wurde eine Mauer gezogen. Und wurde auch bewacht. Also selbst auf eigenem Hausdorf zu suchen, das ging auch nicht. Und bei den Behörden wurde man abgewiesen. Und dann resigniert man auch mit der Zeit. Nur ich kam mir in der Familie vor wie so ein kleiner Fremdkörper. Und Platz hatten wir ja auch kaum. Ich hatte so eine kleine Ecke da, wo ich da, in der Trümmer-Ecke, da habe ich so ein paar kleine Spielsachen hingestellt. Und Bücher, was ich so hatte. Und Hefte von der Posten. So wie sich in der Kampfzeit die Hitlerjugend aus freiem Entschluss zu Führer und Reich bekannte, ist sie heute zur Bewegung der Kriegsfreiwilligen geworden. An historischer Städte wurde in einer Kundgebung dem Führer die Meldung der Kriegsfreiwilligen des Jahrganges 1928 erstattet. Das Gebiet Ostbreuten. Hier meldet 9.482 Kriegsfreiwillige der Hitlerjugend. Und dann kam dieser Volksturmbefüll, der ist rausgekommen im September, glaube ich schon, dass alle Männer von 16 bis 60 zum Volksturm eingezogen werden, sich dort melden müssen. Und da habe ich mir gedacht, das ist eine Gelegenheit, hier aus diesem Keller rauszukommen. Denn wenn man die Wochenschau gesehen hat, da hat man ja immer, hat man dann gesagt, dass die Bolschewisten da in Ostpreußen Grausamkeiten fortbringen und die Leute und Kinder morden und so. Und da habe ich mir gesagt, da war ich schon so beeinflusst, dass ich mir gesagt habe, wenn ich kann, helfe ich, das zu verhindern. Und meine Mutter hat zwar gesagt, das hat doch keinen Sinn, lass das nach und bleib lieber hier und so. Aber mein Stiefvater, der hat gesagt, ach, lass ihn doch ziehen. Der Krieg ist sowieso zu Ende, der kommt gar nicht an die Front. Der wird da ausgebildet und der Krieg ist zu Ende und der kommt dann wieder. Der hat so gesagt. Und ich hatte auch das Gefühl, dass er, wie gesagt, einen erst ein weniger hatte. Kann man ja auch irgendwo verstehen. In Berlin versuchen die Menschen im Winter 1944, ihr letztes Hab und Gut in Sicherheit zu bringen. Mittlerweile hat der Krieg fast alles zerstört. Ruth Jax hat seit knapp zwei Jahren nichts mehr von ihrem Vater Hermann gehört. Sie weiß nur, dass er im Februar 1943 nach Monowitz verschleppt wurde. Es ist kurz vor Weihnachten und Ruth muss wieder einmal um ihr Leben fürchten. Da waren Aktionen, Fabrik-Aktionen, wo Menschen eben verhaftet wurden, die noch da waren. Also die letzten sozusagen. Und das hatte ich gehört. Und da sagte mir dann ein Kollege, ich sollte mich mal bei meinem Arzt melden. Und der wüsste vielleicht eine Möglichkeit, ob ich dann noch einen Blinddarm hätte. Ja, einen Blinddarm habe ich noch. Na ja, dann könnte das vielleicht eine Möglichkeit sein. Und dann kam ich zu dem Arzt und hat gesagt, ja, dann musst du so halbgare Kartoffeln essen. Sag ich, wo soll ich denn die herkriegen? Hier hast du ein paar. Hat der mir noch ein paar Kartoffeln gegeben. Sagt er, die schneidest du nur einmal durch. Und wenn die halbgare ist, isst du die unter. Die musst du ganz runterschlucken. Und ein paar Stunden warten, dann entzündet sich der Blinddarm. Ganz automatisch. Sei nicht so sehr sorgfältig beim Waschen, sagt er noch. Naja, also jedenfalls, ich habe das gemacht. Ich habe mich dann bei ihm gemeldet. Und da hat er mich eingewiesen ins Krankenhaus. Mein Arzt ist jeden zweiten Tag gekommen, hat meine Wunde wieder aufgerissen. Damit ich noch ein paar Tage länger drin bleibe, weil die Aktion noch nicht zu Ende war. Und da bin ich dadurch, dass ich diese Aktion in die Pumpe. Die Gefahr ist noch nicht gebannt. In Deutschland regieren weiter Angst und Terror. Hitlers Opfer warten sehnsüchtig auf die Pumpe.